Es gibt zwei Schlüssel zum Erfolg in unserem Business. Erst einmal die Sache entspannt eingehen. Wichst du? Du fragst, ob ich wichse? Nein. Bist du etwa ein Wichser? Definiere Wichse. Ähm, Rubel hier, Rubel da, die Wichse ist ganz schnell da. Es ist nicht so einfach, wie du denkst. Hör mal zu, ich benutze nur diese zwei, diese zwei Finger. Wow.